Jedes Projekt hat jetzt zwei Minuten Zeit, um sich möglichst positiv ins Licht zu setzen. Und für weitere Fragen haben die meisten einen Stand, entweder unten in der Cafeteria oder... Nein, eigentlich bloß unten in der Cafeteria, genau. Und zu weiteren Informationen sind die Leute von den jeweiligen Ständen natürlich auch gern bereit. Los geht es mit dem TINET. Ja, hallo. Ich freue mich, euch heute TINET vorführen zu können. TINET, ja, was ist TINET? TINET ist ein Web-Applikationsserver für C++. Das heißt, ich kann C++ in HTML einbetten. Ich kann diese Seiten kompilieren und ich kriege native Web-Applikationen, die halt wirklich super schnell sind. Sehr kompakt, sehr sparsam im Ressourcenumgang. Die Seiten werden tatsächlich zur Compile-Zeit übersetzt. Das heißt, es gibt einen Compiler-Lauf und ich kriege native Applikationen. Es ist kein Interpreter zur Laufzeit, sondern es ist der klassische Zyklus. Und es ist ein eigenständiger Server. Es läuft nicht irgendwie unter Apache oder sonst was, sondern es ist Standalone. Hat auch den Vorteil, es eignet sich halt für Embedded zum Beispiel, wo ich halt den als einzigen Server betreibe. Oder eben auch für große Server, da brauche ich nicht, da ist die Administration relativ leicht. So, wie sieht die Entwicklung aus? Wir haben hier so einen typischen Entwicklungsablauf. Wir haben ECPP-Komponenten. ECPP ist die Sprache zum Einbetten von C++. Die werden kompiliert über einen Pre-Compiler in C++. Wir haben C++-Klassen, die wir dazu binden können oder eben C++-Bibliotheken, die wir beliebig nutzen können. Das Ganze wird in der Regel von irgendeinem Bildsystem, beispielsweise Makefiles, gesteuert. Ja, wer mehr erfahren will, ich habe ab 1 gibt es einen ausführlichen Vortrag und ansonsten ist unten ein Stand, den kann ich das gerne auch echt live vorführen, mal ein paar Testapplikationen präsentieren. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Frank, möchte unseren Stand zu Frickel vorstellen. Wir treffen uns jeden Freitagabend zum Elektronikbasteln und andere Dinge basteln, mit Mikrocontrollern basteln und programmieren. Sehr breites Themenspektrum, also man kann da auch mit ganz anderen Ideen kommen, zum Beispiel Elektronik vernähen, haben wir auch ein kleines Exponat unten am Stand. Ein Beispiel steht da vorne auf dem Tisch. Das ist ein neuer Bausatz, den ich gerade entwickle, den man nachbauen kann. So Kosten, Punkt 6 bis 8 Euro Materialkosten, kann man das nachbauen. Einfach, wenn man Lust hat, so einen längeren Abend investieren und dann hat man ein dekoratives Lichtspiel für sein Wohnzimmer zum Beispiel. Ja, wir machen nicht nur das Basteln an sich, sondern wir machen auch Vorträge über verschiedene Elektronikthemen und Workshops. Also wir haben eine Mailinglist, da kann man sich informieren, immer was los ist. Und jeden Freitag ab 19 Uhr ist irgendwas los, nicht immer Vortrag. Wie viel Zeit habe ich noch? Fast eine Minute. Ich habe noch eine Minute Zeit. Jetzt ist es mal ganz. Der einfachste Einstieg für Elektronikbasteln ist mit Mikrocontrollern ins Arduino. Arduino ist ein Hardware- und Softwarekonzept, wo man sich eine fertige Hardware kaufen kann, die man direkt an den PC anschließen kann. Das ist eine fertige Software, die man aufspielen kann und kann einfach loslegen. Das heißt, da ist eine LED drauf und kann praktisch das erste Programm direkt ausprobieren, aus vorhandenen Beispielprogrammen. Man kann aber auch auf die tieferliegenden Hardware-Ebenen selbst durchgreifen. Man hat also die Möglichkeit von den ganz einfachen, simplen Methoden, sich fortzutasten zu etwas komplexeren Zusammenhängen. Und in der Toppoint kriegt man da immer entsprechend die Unterstützung. Also jetzt habe ich null Zeit. Das Toppoint ist zufällig das Nächste. Jetzt darfst du nochmal weiterscheinern. Ah, ja. Dann stelle ich jetzt auch gleich die Toppoint vor, wo Frickel ein Teilprojekt ist. Die Toppoint haben wir als Hackerspace inzwischen angesehen, das ein bisschen ein modernerer Begriff ist für einen Ort, an dem man sich treffen kann, um Wissen miteinander zu teilen, um gemeinsam Dinge zu machen. Vor 22 Jahren, als die Toppoint gegründet worden ist, da gab es diesen Begriff in der Form noch nicht, aber auch da wurde schon Wissen geteilt, zum Beispiel HTML und solche Dinge, als es noch ganz, ganz neu war. Also der Verein ist schon etwas älter. Wir haben das Grundprinzip Spaß an Technik haben. Unsere Beschäftigungsfelder und Werte gehen in Richtung Linux, Open Source, Datenschutz, Freifunk ist ein ganz großes Thema, was gleich noch bei Extravortrag auch wieder dargestellt wird. Und einen Technik-Treff haben wir jeden Donnerstagabend. Die Chaos-Küste kommt bei uns unter und hält einen Chaos-Treff jeden Montagabend ab. Und wir haben Schulungen, die wir unregelmäßig stattfinden lassen, je nach Interessenlage. Da kann man sich am Stand einen kleinen Fragebogen unten abholen und sein Interesse da artikulieren, sodass wir da auch gezielt noch drauf eingehen können. Also würden wir uns sehr darüber freuen, wenn da das genutzt werden würde und uns Rückmeldungen gegeben würden, was da für ein Interesse ist. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch da tun. Dürfen wir es dann auch 19 Uhr? Das ist alles etwa ab 19 Uhr. Am besten ruft man kurz vorher durch, wenn man ganz sicher sein will, dass schon jemand da ist. Ja, gut. Also, ich bin Martin Gummi, Eschura bei CAZ. Damit schon mal gleich das erste Fremdwort. Eschura ist so etwas wie ein Identitätsüberprüfer. Und ja, gut, fangen wir gleich an. Was ist dieses CAZ eigentlich? Das ist eine Zertifizierungsstelle. Und was macht eine Zertifizierungsstelle? Üblicherweise irgendwelche Zertifikate unterschreiben. So, und das gibt es einerseits in der Variante für X509, was in den verschiedensten Browsern integriert ist, was in E-Mail-Programmen oder auch in so etwas wie einem PDF-Reader drin ist. Da gibt es so Klein-Zertifikate, mit denen man sich eine Webseite anmelden kann. Server-Zertifikate haben wir bestimmt alle schon mal verwendet, wenn wir irgendwo Online-Banking machen oder Ähnlichem. Und Code-Signing ist halt klasse. Wenn man Software hat, die man signieren möchte und dafür sorgen will, dass sie nicht verändert wird auf dem Weg zum Kunden. Gut, die weitere Möglichkeit, wir haben hier ja einige Firmen anwesend. Es gibt die Möglichkeit, auch diese Zertifizierungsgeschichte für Organisationen etwas zu vereinfachen. Das ist die sogenannte Organisation-Insurance. Da kann man sich genauer darüber informieren, auf der Seite, die danach kommt. Dann, wer einen PGP-Schlüssel hat, kann den auch von dem CAZ, PGP-Schlüssel CA, unterschreiben lassen. Und damit diese ganze Überprüfungsgeschichte, wie gut funktioniert, nutzen wir an der Web of Trust, wo man eine Überprüfung von entsprechender Identität nicht nur einmal, auch nicht zweimal, sondern wir machen es gleich dreimal. Ja, gut. Gut, weiteres gibt es hier unter diesem QR-Code oder auch unter den zwei Adressen. Und damit wäre mein Vortrag fertig. Hallo, mein Name ist Jan. Ich halte heute Mittag einen Vortrag um 15 Uhr über das Tool REX. Was ist REX? REX steht für Remote Execution. Das ist ein Tool, mit dem man per SSH loggt sich das auf seine verschiedenen Server ein, iteriert über die Server drüber und man kann dem in Perl geschriebenen DSL mitgeben, was der da machen soll. Also zum Beispiel installiere mir Paket X, konfiguriere mir Software Y und dann auch verschiedene Events zum Beispiel hinterlegen, wenn sich die Konfigurationsdatei zum Beispiel geändert hat, von einem Apache zum Beispiel, dass er dann den Apache reloaden soll. Ein kleines Beispiel, für was man REX einsetzen kann. Ein paar kennen vielleicht das Problem, dass es in der Firma zwei Abteilungen gibt. Einmal eine Entwicklungsabteilung und einmal eine Ops-Abteilung. Und man hat immer so das Problem, oder oft so das Problem, dass die Live-Server werden halt von den Ops-Leuten deployed und auch von den Ops-Leuten administriert. Oft ist es so, dass die das unter Umständen manuell machen. Wenn ein neues Software-Release kommt, kriegen die dann von der Softwareabteilung irgendwie dreiseitige Installationsanleitungen, die und die Schritte durchführen, das bitte installieren. Auf der anderen Seite hat man dann das Problem, dass die Test-Server oft durch die Development-Leute deployed worden sind und dementsprechend anders aussehen wie die Live-Systeme. Und REX ist ein System oder ein Framework, was einem hilft, um die Entwicklerleute und die Ops-Leute ein bisschen zusammenzukriegen und seine ganze Infrastruktur zu automatisieren, dass man von der Turnshow-Administration wegkommt. Das war's. Hallo, ich erzähle euch was über Kubuntu und über die Community Kubuntu.de.org. Erstmal, Kubuntu ist Teil von der Ubuntu-Familie, wo es verschiedene grafische Oberflächen gibt. Ubuntu mit Unity, früher mit Gnome. Kubuntu benutzt KDE, Xubuntu XFCE und Lubuntu LXTE. Die letzten beiden sind besonders für Rechner mit wenig Rechenleistung und Arbeitsspeicher und sowas geeignet. Von allen diesen Ubuntu-Varianten kommt alle sechs Monate eine neue Version raus, im April und im Oktober. Das ist eines der Grundprinzipien. Die werden nummeriert, Jahreszahl, Punkt und dann halt 04 für April und 10 für Oktober. Also sind wir im Moment bei 1304. Kubuntu ist ein besonders einsteigerfreundliches Linux. Es ist sehr einfach zu installieren. Man hat nur eine DVD und es werden fast keine Fragen gestellt. Also man muss so seinen Benutzernamen und sein Passwort auswählen und sonst weiter, weiter, weiter drücken. Man kann das also auch bereits von einem Huhn installieren lassen, wenn man ein paar Körner auf die Enter-Taste legt. Es ist nicht nur einfach zu installieren, es ist auch sehr einfach zu benutzen. Ich sage mal, relativ Windows-ähnlich. Und auch die Community ist sehr anfängerfreundlich und sagt relativ selten, read the fucking manual, was einem vielleicht in etwas Hardcore-Linux-Varianten doch eher passieren könnte. Kubuntu.de.org ist die deutschsprachige Community. Wir haben so Forum, Chat, Nachrichten, Mailing-Liste, Wiki. Wir gehen auf Messen, wie man sieht. Also dort findet man Hilfe, wenn man doch ein paar Schwierigkeiten hat. Und wir können ganz dringend mehr Leute brauchen, die halt einerseits zum Beispiel Nachrichten schreiben ins Portal, aber andererseits, die unsere Software dafür administrieren können. Die haben wir schon eine Weile nicht mehr aktualisiert, weil alle Leute, die das können, keine Zeit mehr haben. Also falls ihr sowas könnt, meldet euch. Das war eigentlich jetzt nicht geplant. Ich weiß gar nicht, wie die Folie reingerutscht ist. Also nebenan gibt es, also direkt hinter dem Raum gibt es die sogenannte Linux-Lounge. Da kann man eben an zwei Rechnern ein bisschen an Linux-Systemen rumspielen. Wir haben Spiele installiert. Wir haben auch ein LibreOffice da und jemandem, der ein bisschen was zu Inkscape erzählen kann. Gimp ist vorhanden. Einfach mal ein bisschen ausprobieren oder sich von den Leuten, die da sowieso sind, denn auch helfen lassen. In gemütlicher Atmosphäre. Das ist so das, was wir mit der Linux-Lounge demonstrieren wollen. Und wir zeigen auch ein paar freie Filme noch, die auf einem Extra-Gerät dann noch laufen. Das ist die falsche Folie. Ja, hallo, ich bin Daniel. Ich möchte euch Freifunk Kiel vorstellen, die heute mal ohne Folien. Freifunk ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, selber Daten- und Netzwerkinfrastrukturen aufzubauen. Das geschieht mit so kleinen WLAN-Routern, die sich, wenn die in der Nähe voneinander stehen, so vermischen. Und dann kann man halt Idealziel, einmal durch die Stadt quer über dieses Netz zu kommunizieren, ohne auf irgendwelche kommerziellen Anbieter angewiesen zu sein. Das ist relativ einfach, da mitzumachen. Also Basissysteme kosten so um und bei 16 Euro. Das sind so Standard-Router, die man im Handel bekommt, die dann halt mit einer entsprechenden freien Software ausgestattet werden. Und wenn man sich da ein bisschen drinnen wohlfühlt, kann man auch gerne sein Dach zur Verfügung stellen, um das Backbone-Netz in Kiel weiter auszubauen, damit wir halt final nicht mehr auf VPN-Verbindungen angewiesen sind, die momentan dazu dienen, diese kleinen Wölkchen, die entstehen, miteinander zu verbinden. Wenn man da mehr Fragen zu hat, dann kann man uns unten am Stand ansprechen, im Community-Bereich oder am ersten Donnerstag im Monat haben wir auch immer ein Treffen in der Toppoint, wo man dann halt mit anderen Freifunkern reden kann, sich organisieren kann und einfach auch immer Leute, vielleicht sogar aus der eigenen Nachbarschaft, näher kennenlernen kann. Danke.